Wow! Baby Clade! Was macht die Präsidentin in unserem Vorgarten? Unsere gesamte Welt ist in großer Gefahr. Ich will, dass du mitkommst auf eine Expedition. Ich bin nicht mein Vater. Er war der Entdecker. Ich weiß, du warst noch ein Kind, als er verschwunden ist. Aber jetzt bist du alles, was wir haben. Mr. Clade, ich bin ein riesiger Fan ihres Vaters. Wo in aller Welt sind wir? Du hast den Hund mitgebracht. Ich will nur helfen. Wir befinden uns eindeutig auf unbekannten Terrain. Hallo, Sie verstehen wahrscheinlich kein Wort von dem, was ich sage. Aber natürlich verstehe ich dich. Dad? Dad? Großvater? Ich bin Großvater. Was ist das für ein Ort? Die Klippen sind lebendig. Und das Wasser löst dir das Fleisch von deinem Knochen. Was ist das denn? Der ist ja so süß. Den will ich als Plüschi haben. Au! Vor allem, weil sie im Grunde sowas wie ein und dieselbe Person sind. Ist alles in Ordnung? Ich rede mit meinem Sohn! Halt und rein, Chris! Kommt schon, wir haben die Welt zu retten! Mir nach! Sprich! Du kriegst das hin, Ethan. Das liegt dir doch im Blut. Einfach mutig sein. Na, das bin ich doch wohl auch mein! Hey! Komm! Drüber! Über die... Nein, um die rum. Ja ...